Sind wir da nicht schon bei der Treppe? Tatsache, die graben wir regulär weiter, das ist mir jetzt relativ egal, dass die in der Höhle ist. Deswegen graben wir die jetzt einfach so weiter. Also Block für Block. Jetzt habe ich einen zu viel mitgerissen. Wird es halt ein bisschen unschöner, naja. Seid wieder eins zu viel weggerissen, arg. Das ist jetzt langatmig, das ist klar. Vor allem, weil wir jetzt darauf hoffen müssen, in der Höhle rein zu stolpern, die dementsprechend tief ist. Ich hoffe, ich habe noch eine Spitzhacke. Ja, habe ich. Okay. Die dementsprechend tief ist und uns dann eben das liefert, was wir haben wollen. Vielleicht stolpern wir auf dem Weg über Diamanten, finden aber kein Redstone. Das wäre natürlich auch sehr lustig. Eisen haben wir auf jeden Fall schon gut gefunden. Da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Shit. Ah, ich kann keine Fackeln mehr machen. Ich habe nämlich keine Holzstäbchen mehr. Verdammt, da müssen wir jetzt erstmal kurz hoch. Das tut mir herzlich leid, aber wir müssen uns jetzt hier erstmal hochropsen und dann komplett an die Oberfläche gehen. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich mache mir hier mal so Erdmarker hin, damit ich weiß, okay, das ist der Weg. So, jetzt muss ich schauen. Irgendwo von hier, weil hier dieser Sandstrahl ist. Ja. Ist jetzt nicht so schön mit den Erdmarkern, aber so finden wir den Weg auf jeden Fall wieder. Hier ist irgendwo noch so ein Schleimbolzen. Die machen immer so ekelige Geräusche, ne? Das ist der Wahnsinn. Ist es Tag, hoffe ich? Ja. So, dann können wir gleich mal noch ein bisschen abledern, weil wir sind sowieso schon wieder full of everything. Schere, das, das, das. Das. Einzelbetten können wir da lassen. Das, das. 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 Rein theoretisch lasse ich aber mal. Das schmerzt mir gleich ein. Zack. Gehen wir jetzt nicht auf die Eier ändern, Mann. Bitte. Das ist jetzt ganz weg. Ich bin nämlich schon wieder ziemlich angeschlagen, weil wir kein Essen mehr haben. Okay, dann werde ich jetzt auf die Kuhschlacht gehen. Wir haben leider keine Wahl. Deswegen bereite ich hier schon mal alles vor. Und dann gehen wir einmal kurz auf Schlachtreise. Das sind ja einige Kühe hier. Verschissene Enderman. Das sind ja einige Kühe hier. Das ist ja da oben. Man platzt mich blöd an. Wie viel gab's? Eins, ne? Wir brauchen jetzt ein paar Kühe, die ein bisschen mehr geben hier. Schafe gibt's ja auch wieder ohne Ende. Wahnsinn. Da vorne ist die Kürbisinsel. Okay. Hühnchen. Na klar. Können wir auch noch machen. Schwein. Ich nehme jetzt alles mit. Wir müssen jetzt Fleisch sammeln. Es tut mir herzlich leid. Mach ich ja eigentlich nicht mehr so. Weil ich ja immer auf... Alter. Alter. Können die Kleinen überhaupt noch Damage machen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Ich will keine Schafe hauen. Komm, geh weg jetzt. Alter. Ich weiß nicht, wofür wir diesen Schleim benutzen können. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht machen wir ja dann was damit. Ähm... Da verstecken sich noch ein paar Eierschaften. Ich rotte jetzt hier so ein bisschen die Insel aus, aber naja... Die Heiligkeit zweckt das Mittel, ne? Hä? Na komm jetzt raus aus der Clarida. So, da drüben sind auch noch einige. Da robst ein Schwein rum. Das weiß schon, was ihm blüht. Hä? Ich würde viel lieber hier die Tiere sammeln und züchten, aber dafür haben wir momentan nicht die Kapazitäten. Wenn wir denn ein bisschen ausgestatteter sind, hier vielleicht auch ein kleines Weizenfeld uns irgendwie nochmal anlegen oder so, dann können wir umdenken. Aber jetzt für den Moment müssen wir leider Fleisch fressen. Was haben wir denn jetzt? Vier, Zehn und Zwei. Ja, das ist noch nicht so viel, ne? Die Schweine geben immer ein bisschen mehr ab, immer. Da ist der blöde Schleimbolzen, der mich die ganze Zeit genervt hat. Oh, da ist noch einer. Na komm, na komm. Arg! Arg! So. Habe ich jetzt alle Tierchen? Ne, da versucht noch eine Kuh auf dem Baum zu entkommen. Das ist ja schon sehr traurig. Und fällt deswegen tief. Okay, jetzt müssen wir... Also wir haben jetzt immer noch nicht wirklich viel, aber das sollte für den Anfang reichen zumindest. Ich kann nicht mehr rennen. Mann! So, habe ich denn hier noch Platz für weitere Öfen? Ja, ne? Könnte ich ja noch jeweils einen hinstellen. Dann machen wir das gleich mal, weil wir haben jetzt verschiedene Fleischsorten. Dann müssen wir expandieren. Eins, zwei. Na gut, da sind wir jetzt verschwenderisch. Eins. Und zack. Muss ich jetzt ein bisschen beeilen, das Zeug. Ach, wir haben schon ein Hütchen. Das lassen wir mal zuerst. Alter, immer diese Einzelhustendinger. Ich kann sie nicht mehr unterdrücken. Ah! Das reicht noch nicht zur Regeneration, ne? Fuck. Na ja, müssen wir halt noch ein Steak essen. Da drüben sind ein paar Schweine auf der Insel, die knallen wir uns jetzt noch. Natürlich, die krallen wir uns jetzt noch, natürlich. Da ist ein Skelett in der Höhle, da ist noch ein Chicken. Swimming Chicken. Der Swimming Chicken. Ich habe doch hier noch einen Schwein gesehen. Oh, hallo! Da ist auch noch ein Hühnchen. Und auch noch ein Hühnchen? Mir war so, als hätte ich da was gesehen. Oh, hallo Schweinchen. Ciao Schweinchen. So. Elf Stück. Not bad. Ein paar Hunde sind hier auch noch unterwegs. Habe ich Knochen, Intus? Ne, habe ich nicht. Sorry Boy, dann kann ich euch jetzt noch nicht mitnehmen, aber ihr gehört auch irgendwann zur Garde. So. Hier könnte ich mir so eine Seerosenbrücke machen. Wenn ich die alle ein bisschen zamsammel, die hier so ein bisschen rumfliegen. Das dürfte schon respawntes sein eigentlich, oder? Okazesoro. Das sehen wir ja auch.